Mann nahe dem British Museum niedergestochen. Täter festgenommen. London, nach einem Vorfall unweit des berühmten British Museum in London, ist ein Mensch mit einer Stichverletzung am Arm in ein Krankenhaus gebracht worden. Der mutmaßliche Täter wurde wegen des Verdachts auf schwere Körperverletzung festgenommen, wie die Polizei in der britischen Hauptstadt am Dienstag mitteilte. Es handele sich um einen Einzelfall und werde nicht als Terrortat eingestuft. Keine besondere Gefahr für die Öffentlichkeit, betonte die Metropolitan Police. Das Museum wurde aber sicherheitshalber evakuiert und blieb anschließend vorerst geschlossen. Der Tatort an der Kreuzung von Russell Street und Museum Street ist nur wenige Meter vom Eingang entfernt. Das British Museum gilt als eines der wichtigsten der Welt und mit etwa 6 Millionen Besuchern im Jahr als eine der größten Touristenattraktionen in London. Es beherbergt einige der bedeutendsten Kulturschätze der Menschheit, darunter die Parthenon-Skulpturen, den Stein von Rosetta, sowie ägyptische Mumien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017